Hallihalle Hallihalle Hälschchen Popolischen willkommen zur Freie der Hahn ist tot bzw. Overwatch Du kannst Deinemain ich mir nehmen Ich nehme Lucio Ha ha Ich kann das kann spielen Ich kann noch einen spielen Wo der dreimal Pritisch hier der Sheldon 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 Dedi Nimm was anderes Der Teddy Teddy ist auch schon präfisch der hat einmal 100 also das 133 eigentlich schon Plekiet schaut jetzt zu Hallo Plekiet Los geht's lasst uns gemeinsam was reißen Mann jetzt darf ich meine main nicht spielen Kannst du das hier? Guck mal Das ist geil du kannst auf hochklettern indem du die leertaste gedrückt jetzt ne Drei, zwei, eins So Kann den trotzdem nicht so gut spielen Ein bisschen Da die mit Die hasse ich Ja so ein bisschen Nein der hat mich runter gekickt Der hat mich runter gekickt Der Reinhardt Kann man es auch machen Ah ne das war der andere der war gar nicht der Reinhardt Der war der gegnerische Lucio Das war der gegnerische Lucio Der hat mir ein Blaster gegeben und ich bin runter geknallt Wie Dreck Sau Ich kann den doch nicht spielen Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal nicht Warte mal nicht Ähm Unsere Basis wird angegriffen Ich bin Also wir bräuchten dringend Hilfe Wir bräuchten dringend Hilfe Ja, komm da. War tot, aber da. Ach so. Ach so, sagst meine... Ach so, ja. Warum macht ihr hier eine Selbstzerstörung? Was hat denn das jetzt für einen Sinn gehabt? Warum hat die Diva jetzt hier direkt vorne bei uns eine Selbstzerstörung gemacht? Kein Gegner da. Ich hab's echt nicht... Warum liegst du hier? Weil ich mich erhose. Ach so, ja dann. Bist du genau... Warum gehst du ja auch da hin? Was ist da wo der ist? Ich hab die Kulte nicht gesehen. Ich hab die Kulte nicht gesehen. Es ist zu spät. Alter. Oh. Ihr Team hat die Flagge. Yeah. Mein Team hat die Flagge. Nein. Mein Team hatte die Flagge. Nein, 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 nein. Ah, ich bin tot. Die haben mich getötet. Ich wollte die Flagge gerade aufheben. Ja, super. Faye, du stirbst. Du musst mehr mit den Teleportern öffnen, äh, und so weiter arbeiten. Ja, ich hab noch keinen Teil, so wirklich von mir. Ich spiel die gerade das erste Mal richtig. Was? Ja, ich hab mal gedacht. Ja! Nein, 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 nein. Ich bin eingefroren, ich bin eingefroren. Jetzt wird's massiv. Sie war fest, wir sind eingefroren. So einfach kriegst du mich nicht. Jetzt gibt was auf die Ohren. Ich guck gerade so rein, hart. Hinter dir. Nein, 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 wir sind beide eingefroren. Huah. Pist. Oh. Ihr Team hat die Flagge. Zum Absetzen. Ich hoffe, wir behalten auch die Flagge. Glaubst du nicht? Ja. Vorsicht. Wir werden irgendwoher beschossen. Du musst mehr bewegen. Du musst dich mehr... Ah, Scheibenklässer. Sagt er und stirbt. Du bleibst immer so ein bisschen starr... Ja, ja. Du bleibst immer so ein bisschen starr, äh... Stehen beim Schießen. Ich bin im Moment ein bisschen orientierungslos hier mit dir. So. Hier bist du... Du schießt immer so und bleibst stehen. Du musst ein bisschen eigentlich, äh... Ist ja nicht böse gemeint. Das ist einfach nur ein Tipp. Bitte. Akku aufzuladen. Die war so... Ja, ich muss so ein bisschen... Aber meine Tastatur... Ich würde... Also, das ist echt... Oh, zum Spielen. Also, ich müsste voll hart klicken. Hm, klick mich hart. Das ist aber scheiße. Beim Spielen ist das echt... Der Anschlag ist viel so fest. Ich habe echt einen harten Anschlag. Nein, ich will nicht sterben. Nein! Oh, ich bin nicht gestorben. Ähm, die kommen gerade. Ich hoffe... Du hast gehackt. Du bist sehr angesch... Du bist tot. Ja. Ja, unser Team ist dafür... Äh, unsere Flagge ist dafür weg auch. Tja, du... Der Gegner hat ihre Flagge erobert. Punktbestand. Verteidigt den Punkt. Reist koordiniert an. Noch 60 Sekunden. Das kann die Ulti von der... Tag! Super! Was ist das denn? Oh, ich muss nachladen. Was kann die Ulti von der? Ähm, dann hackst du alles in deiner Umgebung. Also strahlt so ein Mega-Hack aus. Vorsicht, ich glaub alle unsere Leute sind tot. Noch 10 Sekunden. Und alle unsere Leute sind tot. Wir sollten es nicht mehr... Aua! Na, ich glaub das wäre... Egal! Das war ein Versuch wert. Ja, das stimmt denn wohl. Naja! Das war schon nicht schlecht. Müller! Hallo Herr Müller! Herr Müller! Herr Müller! Wo kommen Sie her, Herr Müller? Fado eliminiert. Das ist äh... Egal! Ich hab die Sombra noch nie wirklich viel gespielt. Muss ich jetzt ganz ehrlich spielen. Nein, ist ja alles... alles okay. Ich konnte ja meine... Ach meine... Ich will nicht mehr spielen. Zwei Prestige... Da haben wir uns auch... Leute... Sübär... Sieben Minuten Matchzeit war es... Übrigens... Nicht lang. Nö, an sich. Das ist eigentlich nicht lang. Lang... So, wir suchen scheinbar noch ein neues Match. In der Zeit kann ich ja mal nochmal zwei Lootboxen aufmachen, finde ich. Ja. Passt. Lootbox öffnen! Lootbox! Hey! Aber die Sombra ist auch witzig zu spielen. Cool, ich hab ein Skin für den Reaper. Moos. Ist dann so ein bisschen grün. Roter Umschlag. Spray für alle. Wie peinlich! Winston. Wie peinlich! Mhm. Und Grabspray für den Soldier 76. Dann machen wir nochmal die nächste Lootbox auf. Was hab ich da so reingesuchtet? Lala! Oh, ich glaub ich hab zwei Skins drin. Siegerpose! Ne, ist doch ne Siegerpose für den Lucio. Ja, und Harmonie, äh... Das Intro hab ich schon. Dafür hab ich Kohle gekriegt. Spray für den Reinhardt. Ich hab dich auf dem Radar. Ich hab dich auf dem Radar für die... Äh... Äh... Ähm... Fahrer. Ach komm. Ich hab keine Neujahrs-Loopboxen mehr. Das ist aber... Das ist aber schade. Nimm ich noch ne Weihnachts-Loopbox. Die hab ich nämlich auch noch. Äh... Komm ich mach noch eine. Ja, natürlich. Den hab ich schon. Emote. Vorhanden. Spray. Na komm hier so. So. Was haben wir hier? Auch schon vorhanden. Eine Siegerpose von der Mercy. So. Natürlich hab ich noch ne Weihnachts-Loopboxen. Brrrr. 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 Ich kann ja nichts dafür. Aber ich bin immer so geil und will die immer alle aufmachen. Ja, ich heb's mir immer ein bisschen auf fürs Let's Play. Ich find, äh... Ne? Kann man mal machen. Dann im Let's Play mach ich nur meine Loopboxen auf. Ich bin da auch immer ganz geil drauf und ganz heiß drauf. Aber ich heb mir die Loopboxen immer so ein bisschen fürs... fürs Let's Play halt auf. Das hört sich so fast so an. Weißt du wie so ein Kind, was zu Weihnachten auf den Weihnachtsmann wartet? Jaaa. Und wenn dann der Weihnachtsmann kommt? Ich warte immer bis wir endlich aufnehmen können. Und, äh... Ja. Ich wieder folgen auch. Meistens auch sehr selten. In letzter Zeit. Ja, gut. Ich hab ja noch... Wir haben ja noch einige... Ich hab noch einige Folgen. So, ähm... Wen spiel ich denn jetzt? Doch! Das ist... Das ist... Haha! Doch! Hm... Ja, ich weiß nicht wen ich spielen soll. Mal wieder. Also die Sombra war lustig, die werde ich auch demnächst nochmal spielen. Ich... Ich... Ich versuch nochmal den... Ich versuch nochmal den Junkrat. Also, ich fand die Sombra sehr lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ist auch gar nicht mal so... Die ist auch gar nicht mal so schlecht, ganz ehrlich gesagt. Die finde ich eigentlich recht gut. Nee, ich hab's zweimal geschafft mit diesem... Weißt du... Mit diesem Unsichtbarsein hinter den, äh... Reinhard zu kommen. Ja, ja, genau. Das kann die echt gut. Auch mit den Porten und so weiter. Und dann hab ich den von hinten gekillt. Die kann auch echt mega gut porten und, äh... Ja, sich... Ja, verziehen, ne? Ja. Ja, wenn man sie spielen kann. Also, ich hab's... Ich wollt grad sagen, es, äh... Ich hab den Dreh noch nicht ganz raus. Und es ist bei mir echt scheiße. Ja, heute ist ein guter Tag, um Chaos verstiften. Hast du gehört? Weil, guck mal... Ich... Klicke ganz schnell. Mhm. Aber trotzdem, ähm... Der Anschlag ist zu hart. Also, ich... Der Anschlag ist zu hart? Ja, mein... Ja, mein... Ja, mein Klickanschlag. Hier, mein heroischer... Hast du gesehen? Nein. Kann ich jetzt nicht noch mal machen. Oh. So, hier lege ich doch erstmal... Ja. Genau. Ähm... Na, shit. Alter. Hat die mich gekillt. Aber wie? Ey, sofort bum 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 bum. Und ich war platt? Ey, also... Hallo? Hallo? Ah, da war nicht mal die, da war... Kurz Näschen pudern und weitermachen! Arbeitet zusammen! Drängt sie zurück! Ja, meinst du, was wollen wir hier machen? Klar arbeiten wir zusammen. Eigeland! Ey, meine Tastatur ist total... Das ist zum Kotzen. Ich kann mich nicht bewegen, richtig. So! Ey, Alter! Das gibt's doch nicht! Ich schmeiß die Bombe und werde direkt gekillt! Das gibt's doch nicht! Die nehmen unseren Punkt ein! Die nehmen unseren Punkt ein! Die nehmen unseren Punkt ein! Hallo, Leute! Die Faye, die läuft gar nicht? Ne, die... Ne, die... Ne, die... Nimmt lieber nochmal eben zu, äh... Eine andere... Weil die jetzt ein bisschen schneller ist. Ja, hm... Ah, shit! Da sind meine Hucherte für mich bereit! Ne, nicht schon wieder die Alte, ne? Ach, das gibt's doch nicht! Vorsicht! Unser Punkt wird eingenommen! Ich weiß auch nicht, wie die jedes Mal so schnell aus meiner Falle wieder rauskommt. Weil ich hab ja einen Falle drin und die löst die jedes Mal aus. Ja, der geht durch. Der geht durch. Es ist doch nicht mehr normal. Es ist doch nicht mehr normal. Oh, ich seh die noch einmal. Nö. Ich weiß auch nicht, wie die... Ja, das kann nicht sein. Die kannst du auch nicht killen. Als ob die fast unverwundbar ist. Ja, der ist auch schon wieder da, ne. Das finde ich auch ganz lustig. Ich stelle mich mal eben hier hin. War leider keiner, komischerweise. Und jetzt sind wir auf einmal wieder die Gegner da, ne? Ja, und die ist doch... Natürlich, die ist sofort wieder da. Natürlich. Natürlich ist die da. Die nimmt auch nicht wirklich Schaden. Nee, das finde ich auch ganz komisch. Das ist aber gehackt. Ja, der kann doch von oben. Nee, du brauchst keine Heilung mehr. Du brauchst keine Heilung mehr, würde ich sagen. So. Und die hat wieder unsere Flagge. Nee. Das wäre jetzt, äh, Schweinchen-Sick. Ah, das gibt's doch echt nicht. Das ist doch normal, oder? Highlight des Spiels. Und wieso ist der Highlight? Weil er wahrscheinlich jetzt einmal... ...pricht hier... ...auf einmal gekötert, ja. Ja, deswegen sein. Ja, hätte ich jetzt anderer als Highlight erwartet. Ganz ehrlich gesagt. Der hat auch nur 10 Eliminierungen. Ewisch. Sensationell! Hm, ach komm. Ein Spiel immer noch. Äh, Level 75. Nein, nicht ganz. Level 75 fast erreicht. Äh, 74 fast erreicht. Ne, mir fehlen noch ein paar IP und 29. Ja, mir auch noch ein bisschen. Ein bisschen fehlt mir noch. Ich hätte fast Level 75, sag ich ja. Ganz schlecht. Ah. Da mach ich jetzt kein Hehl mehr rum. Ich spiel wieder hier. Äh, YouTube. Ich spiel wieder meine Mei. Ich nehm Lucio. Das geht aber nicht. Trotzdem kacken wir ab. Natürlich. Haben wir in der Aufnahmesession eigentlich einmal gewonnen? Nö, ne? Nein. Please, I'm Lucio. Nein. Please, nein! Geh auf zu betteln, Junge. Ich will was anderes. Bettner geht raus. Ach komm. Ach komm, ich bin nett. Ich bin... Wenigstens Danke sagen. Haben wir einen Tank? Ihr wird gleich laut. Nö, nö. Mei, du siehst keinen Tag älter aus. Mei, du siehst keinen Tag älter aus. Komm mal, holt mir. Danke. Aber ich würde es nicht wirklich empfehlen. Was? Was sagt die? Keine Ahnung. Das hab ich jetzt echt nicht. 5, 4, 3, 2, 1... Sie hat das Match verlassen. Wie? Der hat das Match verlassen. Will der mich jetzt verarschen? Hey! Der, der den Lucio spielen wollte unbedingt, ne? Ja, ja. Na, dann nehm ich jetzt den Lucio wieder. So. Na toll. Federchen dick... dickicht. Hier wird gleich lang! Hinter dir! Hier kommt keiner vorbei! Ein Geschützpferd hoch! Boah, kommt schon... Nein! Sollten wir von der Flagge kommen, oder? Hm, naja... Ah, nee! Sollten wir besser nicht! Du bist direkt tot gleich! Wir sterben direkt! Komm mal hoch! Komm mal hier, renne schnell durch! Wir müssen uns... Achtung, die kommen von hier! Bist du? Hier, durch! Wir sind so viel Wege! Jetzt gibt's was auf die Ohren! Bin dem Dickerchen entgangen! Oh, die haben auch ne Mäh! Natürlich haben die auch ne Mäh! Warum sollten die keine haben? Was spricht dagegen? Nix! Na also! Ich gekillt! Aua! Nein, der hat mich! Ja! Ja, bist du? Ja, ich war einmal ganz kurz auf dem Punkt! Das war's dann aber auch! Aber auch nur, weil ich hier drüber geflitzt bin! Oh, ne Ulti ist noch nicht bereit! Oh Gott! Irgendjemand! Wer hat die? Nein, 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 wir haben die nicht! Wir haben die nicht! Hol die schnell einer! So! Jetzt! Achtung! Äh! Hallo! Komm mal! Komm mal! So! Niemandem kommt der Jäger hin! Unterstand! Eins! Zu 0! Eben! 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 Neee, die abschuldigen! Ich hab sie mitgefüllt, weil ich sie ja, äh, mit abgeballert habe. Meine Ulti wäre bereit. Meine Ulti noch nicht! Jetzt wird's massiv! Ja, ich hab den, den, B- 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 B. Ja! B- 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 B.. Warte mal! Mh? Mh? So! Gib Gas! Nein! Ich hab sie nicht! Ich hab sie nicht! Ich hab sie noch nicht! Jetzt hab ich sie! Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab's ja Ich weiß nicht, wo ich hin muss Ich hab mein ULT Falsch rum Nein Ich werd getötet Ich werd getötet Ich weiß nicht Ich weiß nicht, wo ich Nein Schnell, hol dir die Hol dir die Faye, 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 hol die Hol die Flagge Faye Ich bin eingefonnen Mach nix Hol die Flagge Ihr hol die Flagge Ah 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 Ich will wenigstens Irgendwann in der Session Wenigstens mal Einmal gewonnen haben Alter, ey Kurz vorm Kurz vorm Ja Kurz vorm Ende Weißt du? Kurz vorm Ende Kurz vorm Von dem Flaggen Habgepacken Dann sterb ich nur Ich konnte die Aber die Achso Geh mal über In Heilung Uaaah Ijajajajajaja Ich hab gerade ein Problemchen Ich hab nen dicken Affen hinter mir Uwa Das tut weh Das tut weh Das Ich hab nen Affen hinter mir Ja Ich hab nen Affen hinter mir Aua Der Affen hat mich gekillt Wo ist der nächste Zoo? Wo ist ein Zoo Wenn man ihn braucht? Hm? Reiß mich Oh Nein Haben die unsere Flagge? Ne Wir haben die Flagge Ne Wir hatten die Flagge Oh shit Nein Die Tracer Die Flagge Ja Ja Aber wir haben auch ne Flagge Ah Der Stand Zwei Zu Eins Matchpunkt Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Wir haben gewonnen Feey Dieser Aufnahmesession haben wir einmal gewonnen Wie viele Spiele haben wir gespielt? Er war echt gut Wie viel Aufnahmen haben wir jetzt gebraucht Um mal einmal zu gewinnen? Guck mal da Da stehe ich Da stand ich Da Wäre ich in der Nähe gewesen mal Er hat's Er hat's dann gemacht für mich Ich hab's bis Bis dahin gebracht Wie Wie unangenehm Kurz Danke Feey Boah War ich nicht So Wie unangenehm Ich bis da Weißt du Ich hab dir keinen Punkt gegeben Ne Überhaupt nicht Nein Ja natürlich nicht Ich weiß es doch Ey Und ich krieg noch ne Nutbox Weil ich hab Level 74 erreicht Ist es nicht schön Zwei Luftboxen gekriegt Aha Ach das ist geil Das Spiel war echt Das Team war aber geil Das Team war mega Ich hab vergessen wieder Ja mach ich jetzt int Das Team war echt mega gut Match verlassen So Match verlassen Alter Verwalter Alter Verwalter War das spannend oder? Ja Gekreischt wie ein Mädchen Haben wir auch drauf Eieieiei Ich weiß gar nicht warum Mir ist furchtbar warm Jetzt gerade Aber das war echt lustig Das Match Jetzt kann die Vermieterin gerne kommen Sich beschweren Ich hab gequietscht wie ein Mädchen Da hat sie wenigstens was Hallo Die verprügeln Dann kommt nachher Sie verprügeln ihre Frau Oder so Hallo Ich quietsch ganz anders So Oder so ähnlich Ach ja Schön 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 Eine Erleichterung Eine Erleichterung Gut Vielen lieben Dank fürs Dabeisein und fürs Zuschauen Und ja Fürs Frieren Und Frosten Jetzt könnte ich ein bisschen was Frostiges gebrauchen Naja Egal Vielen lieben Dank Nix heißes Bis dahin Nee heiß Ich schwitze Also Da gibt es nix heißes Also Vielen lieben Dank Fürs Zuschauen Fürs Dabeisein Wir sehen uns Ja entweder bei Overwatch Der Hahn ist tot Oder bei einem anderen Overwatch Oder bei einem ganz ganz Anderen Let's Play Wenn ihr denn Wollt Was? Überraschungsheld Oder wieder Überraschungshelden Ja das könnten wir auch wieder spielen Demnächst Ja Schauen wir mal Was wir da so Machen werden Tun Machen Tut Ja Tschüss Tschau Tschüss Hallo Hörst du mal auf Aufzunehmen? So Tschüss